Wir sind JBL! Ciao zusammen, ich bin Nico, Konstrukteur im vierten Lehrjahr hier bei JBL. JBL ist ein internationales Unternehmen mit über 200'000 Mitarbeitern an 29 Standorten weltweit. Kommt mit, ich zeige dir meinen Berufsalltag. Als Konstrukteur befassen wir uns täglich mit den Herausforderungen aus der Produktion und mit den Mitarbeitern schauen, wie man eine Lösung konstruieren kann. Der Computer hilft mir, meine Gedanken in ein Modell umzuwandeln, Schritt für Schritt zu eigenes Projekt verwirklichen. In der Schweiz bildet JBL über 100 Lernende aus und mit den Lernenden haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Unsere Berufsbildner sind immer für uns da und ermutigen uns, aufrichtig, direkt und offen zu. Bei mir gibt es keine Probleme, sondern Herausforderungen. Denn ein guter Konstrukteur bei JBL findet immer eine Lösung. Jetzt hast du einen Einblick in meinen Berufsalltag als Konstrukteur bekommen. Hat es dir gefallen? Dann wird ein Teil von uns und bewirb dich. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!